Hi, ich bin Lara und ich bin gerade bei Oasis Supergolf. Es gibt hier die Möglichkeit sowohl Minigolf zu spielen als auch Supergolf. Das Besondere daran ist, dass man ein bisschen größere Bälle hat als die normalen Golfbälle. Es gibt insgesamt 18 Löcher, die auf zwei verschiedenen Golfplätzen sind. Also die ersten neun sind ein bisschen einfacher als die letzten neun. Ansonsten ist es auch super, es gibt keinen Dresscode, also ihr könnt einfach kommen wie ihr wollt und auch eure eigenen Getränke mitbringen, wenn ihr möchtet und Geburtstage feiern oder was auch immer. Es macht echt viel Spaß.